O.O.Wie kommst du jetzt auf so ein, äh... Wollen wir mal weiter... ja komm, komm... Wie kommst du auf Zurück zu Lück... Wo war denn das hier, Wochenschau, äh, an uns 1700 Blumenkohle, ne? Zurück zu Lück... Oh! Ja, war ich nur runter, du. Ja, du, du, was? Ich bin, ich bin bereit, du. Ich habe empfangen, Yves. Geht mir die Gabe. Ähm. Scheiße. Erhebt eure Waffe, Fremdling, und empfand die Macht des Sturms und des Donners als Zeichen des Wohlwollens für eure selbstlosen Taten. Also ich habe so einen Scheiß, das nicht bekommen. Muss ich jetzt auch nochmal aufklicken? Ja, doch. Meine Kinder schreien. Achso, jetzt gibt es wieder... Ich kann nicht mehr so nennen. Äh, Azaria. Ich kann nicht mehr als letzte Augenblicke... Hm. Okay. Das früchte Järzorn auch, was das andere. Erhöht den verursachten Schaden für Augenstrahl um 6%. Scheiße. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ich denke mir natürlich benutzt, das zu selten oder so. Oh, ja. Echt? Kann nicht das jetzt benutzt sein. Hey, was nehme ich mir jetzt? Was ist das jetzt? Okay, scheiß drauf, ich nehme da drauf. Das stankt jetzt, äh, kehrt zurück zur Schwede. Klingt mit B-Tree und Tötet 150 für Bunde, okay. Weil ich muss eben auch das Zeug hier reinhauen. Und demonstriere diesen Brüllkohl den blanken Sohn des Sturms. Ach ja, scheiße, Charakter. Schiff und links... Äh, was, wo hau ich das rein? In den zweiten Platz, ne? Mhm. Okay. Ist drin, äh, ähm... Artefaktmacht. Seelengeboden. Überlande... Was macht die da? Was macht diese Sturmschuppe? Sturm? Du hast ja noch so eine Sturmschuppe bekommen. Sie steht einfach nur Artefaktmacht. Okay, jetzt habe ich sie 100 Artefaktmacht. Oh! Da ist eine neue Stufe auch passiert. Äh, Dings. Echt? Ja, ich bin jetzt von 85 von 325. Davor war ich bis 300. Ach, da kann ich ja die anderen auch verwenden. Nochmal 35 dazu und nochmal 35 dazu. Ja, coole Sache. Das müssen wir mit dem Kollegen da oben fliegen, ne? Wir... ...brauchen noch. Ich bin fertig, was jetzt? Na, jetzt müssen wir mit dem da fliegen, ne? Kann nur sein. Kann das sein? Mit dem wir angekommen sind, das in der Hölle gehen. Weiß ich nicht. War nicht drin. Kumpst, kumpst die. Mahlzeit. Dankeschön. Oh, jetzt müssen wir hier, äh, Tasten drücken, ne? Und irgendwas killen. Mh. Und zwei. Da unten gehen. Achso, das kannst du einfach von oben so. Oh. Okay. Wozu habe ich das? Verwendet Sturmkuror? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das für uns beide zählt, oder? Weiß ich nicht. Okay, du musst... Manchmal springen die... Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, springen die auf deinen Drachen und dann musst du die zwei drücken. Mhm. Ich glaube, die springen nur auf dich, weil du der Erste bist. Siehst du das, wenn ich die runterpuste da, oder? Mhm. Und wieder, zack. Und wieder geht durch, ne? Alter, hier ist der richtig viele. Hier, oh, äh, unten. Hier oben, den wollen wir oben drücken. Jetzt haben wir es auch gleich durch. Fällig. Ich glaube, das kann man auch mal so 20 Minuten machen, ne? Schritte, wenn kein Kräuter, hm? Gibt es so, was? Kräuterer? Nee. Kräuterer, das Wort gibt es nicht. Viel willkommen nicht. Ah, oder von einem befreundeten Kräuterer. Das Wort Kräuterer gibt es doch gar nicht. Ich muss jetzt schreiben. Wenn, dann wäre es sowas wie Kräuterkundiger, aber Kräuterer, das Wort gibt es nicht. Ich denke, wir können uns einfach machen, aber es ist nicht so. Ich denke, es ist einfach ein kleines Erachter, das Wort gibt es nicht. Ich denke, ich denke, ich gebe zu müssen. Ich denke, ich denke, ich nehme es nicht. Hm? Zwei Prüfungen sind geschafft. Blumenflüge. Volk dem Pflücker oder was? Ihr müsst den selben der alten Kühe erlangen. Doch sie sind tot. Und ihr seid es nicht. Es gibt jedoch jemanden, der die Brücke schlagen kann. Trefft mich in Valdistal und ich erzähle euch mehr. So geht der bestimmt wieder in der Innie auf. Äh, nicht in die, doch in die. Naja, wir sind sechs Minuten über, ne? Ja, aber was der letzte Sauer war, war es auch, glaub ich, zum Sieben drüber. Hallo. Miau, miau. Was geht? Wo? Ah, da ist noch eine Quest. Echt? Oh, hat er. Wo ist ein Briefkasten, Leute? Ich brauch einen Briefkasten. Manchmal habe ich so kurze Hänger, das ist mir aufgefallen. Aber okay, das wurde ja angegeben, dass da manchmal Probleme entstehen können. Willst du das jetzt erstmal machen, diese Quest, oder? Die Minky haut mich. Hallo, ich habe eine Frage gestellt. Ja. Ja, das ist ja hier vorne, eigentlich. Ich weiß, wie das Thema sich verbreitet wird, jetzt. Jetzt sehen wir auch mal auf. Rassen, Sierer, Kräuten, Kontler, Gärtnerer. Ja, wir sollten auch langsam irgendwann mal zusehen, dass wir zu Berufen kommen, ne? Ja. Nehmen wir den Kräuterer? Ne, ich nehme den Kräuterer. Ne, den Kräuterer, so heißt das, ne? Kräuterer, mhm. Oh, Rum-Op. Ja, irgendwie wurde mir auch etwas angezeigt. Hundemeister, irgendwer. Das steht neben mir, der ist grün. Ja. Wo kommt der denn jetzt her? Hö! Auf, Mann! Wißt du? In Gebüsch, ja. Ich stehe voll auf diesen Strahl, irgendwie so. Das ist richtig. Äh, die ist fertig, ne? Ja. Ich glaube, der hat den gekillt. Der hat den gekillt, irgendwie. Weil sie eine Blutelfe ist. Achso, und jetzt ist hier so ein Saboteur irgendwas. Ich hänge hier echt an so einem Blattfest, ne? Ah, ich seh's. Ich seh's. Du bist ein Rengerer. Oh, Hallöchen. Oh, Hallöchen. Oh, Hallöchen. Oh, seht euch meine Qualitätswaren an, hä? Belohnung wäre... Sie kommt euch irgendwie bekannt. Fühlt sich weich an, aber ein schwachen Alkohol. Ich nehm mal die Münze. So, mit 18 Büschel, feinste Ziegen. Ey, ist jetzt... Ja. Wirklich schön, Geschäfte mit euch zu machen. Und da ist noch eine Christ. Wozu ist diese Münze? Die macht ja gar nichts. Okay, Hassfeder anlocken und zerschießen. Kann man nicht mal verkaufen. Toll! Die ist aber sehr längebunden. Naja, immerhin. Hier ist schon einer, der ist 110. Wieso ist denn der hier? Angegen nicht. Hier ist der Schnacki, was? Okay. Oh, das ist ja ziemlich weit oben da. Äh, pass mal auf. Da, wo wir eigentlich hin müssen, da ist auch gleich ein Flugpunkt vielleicht. Und auch da, wo die anderen Quests sind, da ist auch ein Flugpunkt. Dann gehen wir da hin. Ja. Ich müsste hier eigentlich... Ja, rechts, ne? Ja. Laut meiner Karte, die ich ja auch mal öfter betrachte, ja. Ja, ich meine, funktioniert. Okay. Soll ich jetzt schon mal hier durch? ich aus was sind nr sie wollen und diese Haken ne Prozent Mo es ist es Euro wieder was wir sehen werden mit Parion wir sind noch mehr Parian was die aus und Rache oder so Muss man runterspringen? Richtig Richtig Spring Oh man, ist das krass Oh Okay, ah, okay, das geht Oh, was weiß ich, der Witz hier Wuh Schitte Böen, ey Dodging Vorbereitung, kann die Talente wechseln Ach, ist das interessant Der Tank fehlt, oder was? Der wird mir nicht meinen Namen angezeigt, wenn ich rübergehe Ich weiß nicht, wo er ist Ops Ops Eggwein Eggwein Hmm Ja, wo ist denn der Bro jetzt hier? Hallo Ich glaube Ich weiß nicht, ob der tot ist oder einfach offline Man kann den nicht mehr rauswählen Jetzt ist er da Ich habe einen Schnippel Oh Gott, der will die gerne leben, oder? Was ist ein Schnippel? Naja, ein Schnippel ist eigentlich irgendwie so ein Was so absteht, ne? Also manche benutzen das auch als Wort für Lulu-Mann, ne? Hm Guck mal, wie viel Leben der hat 1500 Äh, 105.000 Achso, der ist ja auch schon 110 Der andere hat auch so viel Okay, aber wir könnten dann ja langsam, ne? Oh, jetzt hat er irgendwo ein 2 Taubo 2,5, äh Okay, ich sehe gar nicht, 2,5 bei uns Und so ja musst du schon mal gucken wenn möglich ich bin ich mal gespannt wie dieses Dungeon läuft ich weiß sind diese Bodeneffekte ja jetzt sind sie aber da aber guck mal hier alte Bekannte diese Würmer ne ja das kenne ich auch aus Kataklen ja ich heute mit meinem auf Nazi-Tur mit dem Dämoniker gespielt und scheiß ich muss echt drauf ach und äh aus Kataklysmen da war so ne Hülle und da waren so ja Würmer aus so Ringen weißt du noch? ja 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 das sind so Steinfiecher hier sind sie auch und das sind so Einhörner Einhörner? ja Juppi hab ich Agro ich weiß noch nie wieso ich bin außer Reichweite hier hier ja die machen alle schon die skillen alle schon ihre Berufe ne diese Früchtchen ich meine natürlich ich habe überlegt vielleicht sollten wir mal nach Dalaran zurück aber ich wüsste nicht ob man dann auch wirklich gut wieder hierher kommt stimmt ich traue mich hier nicht zu springen ich denke naja ich habe das jetzt so ein einziges mal gemacht weil ich mir dachte okay das ist sicher ich will gar nicht wissen wie die Bosse sind ehrlich gesagt Herr Sieht Wirklichkeit zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Gott Oh mein, oh 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 Oh, okay Diesmal war's nicht so tief Oh, hier ist ja schon ein Bot Okay, der geht da hin Shit, da da Ich möchte Mh, Mh, Mh 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 Zertlümmern Autsch Ersteckender Stab Oh, ich glaub die Ads müssen wir auch noch irgendwie, oder? Ich hab keine Ahnung Okay, die gehen aber schnell Ah, fuck you Mann, stopp doch Wir sind wieder noch am Leben bleiben Wurr Wurr Was ist die Reine? Ich hab keine Reine Äh, das ist nicht Wuuuuh Was das noch geht es ja gleich gut alter ich hab meinen Augenstrahl unterbrochen böse, böse, böse ja, was sind wir denn hier, alter? das ist aber... ersticken das doch ja zack oh, Sandalen habe ich bekommen hm die Sommer ist zu Ende hm sind nicht wirklich, also nur in bestimmten Dingen besser als als das, was ich ohnehin trage guck mal diese Fässer, leeres Fass was ist das denn? oh da gehst du in den Fass rein um hm 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 oh, weg hm 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 Ich stehe voll auf Autostrahl Zack und Schlitz und hoch Oh da ist noch einer Da ist einer und schmeiß mit Stein Donuts oder so Donuts? Sicher dass es Donuts sind? Stein Donuts oder so Die haben so Löcher drin Mmmmm Donuts Stoney Donuts Ja